Also es ist wirklich in meinen Augen 6 Minuten. Ich bin happy hier. Hallo und herzlich Willkommen zum Opus Vita. Unser neustes und innovatives Mehrfamilienhaus. Was wir Ihnen in den folgenden 7 Videos gerne vorstellen möchten. Man redet einfach alles, man fühlt sich einfach wohl. Es ist hell und luftig und es ist einfach toll. Ich kann es nicht anders beschreiben. Aber nicht nur unsere Mieterinnen sind begeistert. Auch in den Amtsstuben ist man vorsichtig optimistisch. Das Opus Vita hat die Massnahmen für das verdichtete Bau sehr gut umgesetzt. Mehr dazu im vierten Video dieser Serie. Wir haben unsere besten Leute mit der Planung des Opus Vita betraut. Schon beim Grundrisskontakt, den Sie hier im Hintergrund sehen, haben wir zukünftige Entwicklungen schon berücksichtigt. Unsere jahrzehntelange Erfahrung im vorfabrizierten Bauen ist in das Opus Vita eingeflossen. Mehr dazu im Video 2. Das Wichtigste ist und bleibt aber der Haussegen. Also wenn man sich im Gang trifft, redet jeder eigentlich kurz miteinander. Und es ist mega angenehm. Es ist wirklich eine gute Atmosphäre im Gebäude. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020